Ist meiner Ansicht schon strafmündig, ne? Ich vermisse den Vater, meine Mutter hat den rausgeschmissen, weil der hat nur noch gesoffen, nur jeden Tag. Und das hat meine Mutter jede Woche nennen und damit kommt es halt nicht klar. Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf Familie Mensch. Mein Name ist Arthur, ihr habt gerade das große Finale von Mobbing auf Klassenfahrt Staffel 2 gesehen. Wie hat euch unsere Serie gegen Mobbing gefallen? Wir haben uns super viel Mühe gegeben und falls ihr euch gefallen habt, würden wir uns wünschen, wenn ihr unsere Serien, unsere Videos teilt, auf Facebook, auf WhatsApp an eure Freunde schickt. Und ja, wünscht ihr euch eine Staffel 3? Wenn ja, schreibt es in die Kommi und vielen Dank von dem ganzen Familie Mensch Team an euch. Liebe Zuschauer, liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Mobber, liebe Opfer, vielen Dank. Gemeinsam sind wir stark gegen Mobbing und bis zum nächsten Mal. Euer Arthur, euer Familie Mensch Team. Bye, bye. Euer Arthur, euer Arthur, euer Arthur, euer Arthur, euer Arthur. Euer Arthur, euer Arthur, euer Arthur. Euer Arthur, euer Arthur. Euer Arthur, euer Arthur, euer Arthur. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017